Ich glaube, jetzt kommt es zum ersten Mal zu Schießereien. Ich habe es ja auch mal eine bessere Waffe gefunden. Verstanden, zum ersten Missionsziel vorrücken. Da Sie nicht vorrücken sind, versuchen Sie doch mal das Tor zu öffnen. Ich würde ja einen meiner Jungs schicken, aber wir brauchen hier wohl einen Spezialisten. Wird gespeichert. Ja, 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 so. Achso, suchen Sie die Steuerung und öffnen Sie das Tor. Torsteuerungen schon gefunden? Nö. Äh. Ja. Hier ist nichts. Na los, wir haben nicht ewig Zeit. Maul, Mann. Wo ist denn die Torsteuerung, Mann? Äh. Ach, bin ich blöd oder was? Hä? War hier echt nichts? Ähm. So. Hier ist schonmal nichts. Darauf können wir auch nicht. Da war nichts. Hier liegen nur ein paar Seile rum. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Ja. Entweder da oder da. Das gibt's doch nicht. Hier sieht's doch nach was aus. So. Langfahren. Ähm. Ach, da ist ne... Ne Leiche und ne Steuerung. So, Tor geht auf. Ich hab so ein mieses Gefühl, dass was passiert auf meinem Rückweg. Ach du Scheiße. Nicht umsonst liegt deine Leiche. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Ich weiß, irgendwas gebräuchlich ist. Da liegt doch was. Äh. F. Ja, oder so. Gut. Da liegt Blut. Ohohohoho. Da liegt Blut. Pfff. Ein Mädchen. So sind die also gestorben. Heftig. Treffen sie sich mit Jankowski's Team. Mach ich. Sobald's gespeichert ist. So. 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 Also tot! Ups, Kuh? Äh, achso. Ah, so und so. Ist mein Freund? Nein! Das ist nicht mein Freund. Ist er jetzt tot oder nicht? Nee! Kann ich aber irgendwie zielen? So, Nummer 1 ist tot. Hä? Achso. Ja, ich muss nochmal hier an die ganzen Scheiße gewöhnen. Nehme ich mal die Waffen von den beiden. Mit den Muni. Äh, ja. Gut. Gut. Ich muss also gegen... ...komischen Menschen scheinbar... ...kämpfen... ...und nicht gegen... knowen... Ohohooo. ... Meine Phrase. Alles voller Leichen. Da komm ich ja her. Also geh ich mal... Ja, geh ich da mal weiter. Hoch. Was ist denn noch hier? Nichts. Und... Nichts. Also nach oben. Da ist das Teil runtergefallen. Nein, da ist Teil. Der Kerl. Ach, moin. Und hier kann man schön fliehen. Hau ich nur mal meine andere Waffe dafür. Bämms. 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 Nimm wieder die andere und duck mich erstmal. Ah, jetzt kann ich hier rüber. Und in die Tür. Ups. So. Und wieder ein Checkpoint. Ach du Scheiße, ich hab fast kein Leben mehr. Seh ich gerade unten links. An alle Einheiten nicht und null antworten nicht mehr. Einsatzleitung hier ist der Ju7. Sollen wir nachziehen. Nahkampf Maustaste 1 für unbewaffnet... Nahkampf beim Rennen. Uuuuuh. Echt? Ich dachte, ich muss Nahkampf machen. Was war das denn? Ich dachte, ich sollte den Nahkampf töten, weil das da stand. Ja, ich wurde getötet. Ja, ich wurde getötet. Zeitlupe? Kann... Ah. Ah, okay. Muss ich jetzt etwa alles von vorne machen? Nein, muss ich nicht. Okay, Zeitlupe ist... Wow. Zeitlupe ist ja cool. Das... Das kann ich gebrauchen. Hier war nur noch jemand. Oder nicht? Wohl nicht. Oh! Gott. Ja, was war das denn schon wieder? Ach, ich hab Medi-Kids. Auch gut zu wissen. Ja. Z. Z. Ich hab wohl keinen Medi-Kid. Toll. So, wie schalte ich den am besten aus? Zeitlupe? Der ist hier wohl nicht mehr. Was? Ach du Scheiße, komm schon. Ein... Ein HP, alles klar. Medi-Kid. Ja. Ja. Danke. Boah, Headshot. Boah, Headshot. So, down. Ey, 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 ey. Da ist einer wohl doch nicht down. Die verschwinden auch immer, wenn sie wollen und kommen einfach so aus irgendeiner Ecke gekommen. Aber diesmal ist hier keiner mehr, glaube ich. Ich, ja, ich muss aufhören zu labern, echt. Wo bist du? Wo bist du? Tot. Tot. Hoffe ich. Junge, wie viel die aushalten, das gibt's doch nicht. Ja, aber es kann abzauern. Und das war's auch mit der Waffe, alles klar. So. So. Ja, und ich bin tot, das gibt's doch nicht. Spann sie auf mit sehr schnell. Speicherung. Okay, okay, okay. Jetzt aber, Leute, jetzt, jetzt. Jetzt drehe ich am Rad und mach die alle fertig. Erstmal aber Medi-Kitty holen. Und zwar da hinten, stimmt. Man kann echt nicht zielen. Bestimmt irgendwie. Verse epidemi, ich bin 늘. ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.